Hallo liebe Träger und Trägerinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und das ist die Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 30 und zwar für die Handelstage vom 23.07. bis 27.07.2018. Wir wollen wie gewohnt in dieser Analyse auf den DAX, auf den S&P, auf den Euro und aufs Gold schauen. Wir wollen charttechnisch das Big Picture einfangen. Wir wollen schauen, was hier grundsätzlich auf größeren Zeitebenen an wichtigen Widerständen und Unterstützungen gegebenenfalls zu finden ist, beziehungsweise was wir dann daraus gegebenenfalls für die kommende Handelswoche ableiten können. Schauen natürlich auch so ein bisschen in der Vergangenheit, was es vergangene Woche passiert, beziehungsweise in den vergangenen Wochen der angesprochenen Märkte. Bevor wir starten, der Blick jedoch auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr definitiv all das, was ich hier an Setups gegebenenfalls formuliere, an Analysen, eben von meiner Seite hier vom Besten gebe, dass es definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker JFD habt, dann natürlich auf der Website von JFDbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Bevor wir starten, auf den DAX zu schauen, kurz der Blick. Zum einen hier auf die Website, auf die YouTube-Website von JFD Brokers, dann eben hier unter dieser Analyse, wenn ihr zum Beispiel nur die Euro-US-Dollar-Analyse sehen wollt oder eben den S&P oder das Gold und eben den DAX vielleicht nicht, dann habt ihr die Möglichkeit unten in der Videobeschreibung entsprechend hinter die Märkte hier auf diese Uhrzeiten zu klicken, auf diese Zeitangaben zu klicken und dann landet ihr in dieser Analyse hier direkt beim entsprechenden Markt und müsst euch gegebenenfalls nicht mit DAX und S&P plagen, wenn euch zum Beispiel nur der Euro oder das Gold hier interessiert. Also die Möglichkeit habt ihr hier unten. Wir starten dann auch erstmal mit dem Blick auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche und hier ist zum einen sehr, sehr wichtig Mitte Juno das letzte Mal EZB-Zinsentscheidung. Mitte Juno war es so, dass diese EZB-Zinsentscheidung oder vielmehr die Aussage, gar nicht mal, dass das Zinsniveau auf dem Nullpunkt quasi bleibt, vielmehr war es so, dass die Märkte sehr, sehr stark bewegt wurden bei der letzten EZB-Zinsentscheidung und zwar ungefähr der DAX 300 Punkte nach oben, also eine verhältnismäßig sehr, sehr starke Momentumbewegung auf der Aufwärtsseite mit der Aussage, dass eben hier dieses Anleihenkaufprogramm der EZB zurückgefahren wird, höchstwahrscheinlich zum Ende des Jahres, erst reduziert und dann komplett eben ausgesetzt wird. Dieser Punkt führte zumindest an dem Tag der EZB-Entscheidung zu einer sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung. Infolgedessen in den Folgetagen ging es etwas stärker nach unten, aber es ist definitiv hier, so bin ich der Meinung, am Donnerstag mit Volatilität hier im Moment, das sollte jetzt hier kein Strich werden, sondern ein Kreis, Moment, zack, zack, zack. So, also hier 13.45 Uhr am Donnerstag ist so eigentlich das Wichtigste für die kommende Handelswoche, da definitiv drauf achten. Es ist denkbar, dass wir um 13.45 Uhr, beziehungsweise auch noch kurz danach mit der Pressekonferenz der EZB, eben Volatilität in den Markt reinbekommen, dass hier wiederum stärkere Bewegungen einsetzen könnten, den Markt gegebenenfalls auch durch den einen oder anderen Widerstand eben durchgedrückt, dass der Markt durch den einen oder anderen Widerstand durchgedrückt wird. Also das hier ganz wichtig zu beachten, Volatilitätsalarm quasi am Donnerstag mit der EZB-Entscheidung, auch am Freitag um 14.30 Uhr hier aus Amerika, Bruttoinlandsprodukt, beziehungsweise Kernausgaben für den persönlichen Konsum. Es wird hier als hochrelevant tituliert quasi, aber es ist grundlegend in den vergangenen Wochen und Monaten nicht so gewesen, dass diese beiden Wirtschaftszahlen den Markt gravierend bewegt haben. Also hier doch viel mehr der Blick auf diese EZB-Zinsentscheidung, um dass dort eben Volatilität kommt und weniger hier am Freitag mit den Zahlen um 14.30 Uhr. Trotzdem sollte man hier vielleicht nicht zwingen, zwei Minuten vorher einen Trade eingeben, dass dann eben auf einmal doch vielleicht ein bisschen Volatilität aufkommt und man wundert sich, dass man hier schnell ausgestoppt wird. Ja, also hier trotzdem dann ein wenig ein Auge drauf haben. Okay, das soll es zu den Wirtschaftszahlen für die kommende Woche gewesen sein. Da passiert nicht so viel. Wir starten mit dem Blick auf den DAX. Ich habe hier den Tagesschart im DAX und wir sehen, dass hier am Donnerstag und am Freitag erstmal doch relativ starke Abgaben kamen im DAX. Wir hatten das in den amerikanischen Märkten, S&P und Dow Jones, nicht in dieser Ausprägung. Hinzu kommt, dass der S&P und der DAX schon aktuell auf viel höherem Niveau rangieren, als es der DAX aktuell tat. Und hinzu kam, dass am Freitag im DAX doch recht auffällig hier Schwäche einsetzte und zum Beispiel dann auch zu der US-Markteröffnung um 15.30 Uhr, der DAX sehr, sehr merklich im Minus war. Der S&P und der Dow Jones aber gar nicht so stark mit einem Gap nach unten hier in den Markt reinkamen, sondern im Verhältnis zum DAX doch relativ stark waren und dann sogar der Markt, der US-Markt eben nach der 15.30 Uhr im Markt eröffnung doch sogar direkt noch anstieg und der DAX sich hier verhältnismäßig tief trotzdem noch halten konnte. Das führte dazu, dass ich hier persönlich zum Beispiel so eine Art Spread Trade gemacht habe, dass ich den DAX long gegangen bin und den Dow Jones Short, das ist sogenannte Spread Trade. Ich will diese Strategie jetzt hier gar nicht weiter erwähnen oder gar nicht erklären. Es ist aber auffällig, dass der DAX sehr, sehr schwach ist grundsätzlich gegenüber den US-Märkten. Wir werden uns ja gleich den S&P auch anschauen, aber zu bemerken ist hier eben, ich schaue ja ganz gerne auch als Referenzmarkt dann eben auch auf die US-Märkte, S&P und Dow Jones, um hier eben auch diverse oder die ein oder andere Kerntendenz des Marktes abzuleiten. Und da muss man eben sich jetzt erstmal hier ins Trading-Tagebuch oder in die Analyse schreiben, dass man hier so ein bisschen aktuell scheinbar mit so ein bisschen Vorsicht herangehen sollte, denn der US-Markt, es kann durchaus sein, wie es am Freitag war, läuft nach oben, aber der DAX hat es erstmal grundlegend gar nicht in dieser Art und Weise mitgemacht. Er ist zwar dann zum Nachmittag auch wieder so ein bisschen gestiegen, aber eben am Freitag mit Schwäche aus dem Markt gegangen und die US-Märkte unverändert. Also hier doch ein kleiner Unterschied. Aber wir bleiben erstmal beim DAX, schauen hier drauf. Der Markt ist erstmal in den Bereich in etwa 12.750 hier gestiegen, hat von dort aus dann erneut Schwäche gefunden. Wir hatten das besprochen in den täglichen Analysen. Grundsätzlich war es eigentlich so, dass ich persönlich den Bereich um die Marke 12.600, das ist diese blaue Linie hier, als kernunterstützendes Niveau für die vergangene Woche gesehen habe, beziehungsweise dann am Freitag sogar dieses Niveau für die Long-Richtung nochmals etwas angehoben habe und dann eben sogar gesagt habe, okay, wenn der Markt hier so ein bisschen Schwäche zeigt mit Momentum, dann ist eben auch die Abwärtsseite denkbar. Aber grundsätzlich ist rein charttechnisch der 600er Bereich eigentlich für die Aufwärtsseite der interessanteste Bereich gewesen. Eigentlich hätte der Markt hier richtig schön drehen können, um dann ganz charttechnisch sauber, wenn wir das mal einzeichnen, aufwärts, abwärts, aufwärts und dann wäre es charttechnisch schön sauber gewesen, wenn der Markt hier einfach nur diesen 600er Bereich getestet hat, was übrigens der S&P im Vergleich, im charttechnischen Vergleich so gemacht hat. Der Markt der S&P ist in diesem Niveau hier hängen geblieben, wenn man das Bild so ein bisschen miteinander vergleichen würde, aber der DAX ist eben hier merklich nach unten durchgebrochen. Und schön wäre es, wenn wir in sauber charttechnisch diesen Bereich getestet hätten, um dann eben hier weiter neue Bewegungshofs auszubauen. Auch dieser eingezeichnete Trendkanal war hier in etwa im Bereich 12.600. Also das Bild hätte hier grundsätzlich eigentlich ganz gut funktioniert, hat der Markt aber nicht getan. Der Markt hat Schwäche gezeigt, der Markt ist nach unten gegangen und wenn wir hier die Pfeile nochmal rausnehmen, dann sehen wir, dass hier doch recht merklich erstmal Bewegung nach unten kam. Und wenn wir uns diese letzte Kernabwärtsbewegung hier aus der Vergangenheit anschauen, dann hat die durchaus auch so gestartet, wie jetzt hier die Bewegung aussieht. Also es ist vielleicht denkbar, dass wir Schwäche sehen. Und ich würde das jetzt auch grundlegend erstmal gar nicht ausschließen, auch wenn die US-Märkte aktuell noch sehr, sehr stark sind, aktuell auch erstmal charttechnisch noch sauber aufwärts tendieren sind, hat dennoch der DAX hier schon mal so einen kleinen Schlag abbekommen. Und wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart und da werde ich dann mal so ein bisschen einzeichnen, wie ich persönlich jetzt für die kommende Woche dieses Bild, dieses charttechnische Bild hier sehe. Also der Bereich 600 sollte auch in der kommenden Woche einen nicht zu verachtenden Bereich darstellen. Das ist hier, schaut mal, wir hatten hier in der Vergangenheit diesen Bereich schon sehr, sehr oft. Das hatten wir auch in der letzten Trading-Wochenanalyse besprochen. Wir hatten vergangene Woche dann diesen Bruch dieses Bereiches nach oben, so wie wir es uns auch gedacht haben. Aber dann kam eben jetzt hier schlussendlich am Freitag wieder der Bruch nach unten durch diesen Bereich. Und solange der Markt jetzt auch hier unterhalb bleibt, würde ich persönlich sagen, DAX weiterhin erstmal fürs Daytrading, gerade was den Montag betrifft, abwärts tendierend. Solange wir hier drunter bleiben, von mir aus kann der Markt auch gerne nochmal so ein Stück weiter nach oben laufen. Aber es ist denkbar, dass wir hier abprallen und weiter nach unten laufen. Dass wir zumindest nochmal hier die Bewegungstiefs vom Freitag angreifen. Das ist der Bereich um die Marke 12,470, 12,475 glaube ich. Irgendwo war das tief, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer. Aber das ist auf jeden Fall so der Bereich, den kann man sich anschauen, als durchaus realistisch für die Abwärtsseite. Beziehungsweise kommen wir relativ zügig. Das hatten wir auch in den letzten Wochen des Öfteren mal besprochen. Auch in der vorletzten Woche war der Bereich um die Marke 12,380, 12,375 ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und wenn Bereiche in der Vergangenheit wichtig waren, dann ist es auch ganz oft so, dass sie in der Zukunft erneut wichtig werden. Und wenn der Markt unter 600 eben bleibt, weiterhin abwärts tendiert, dann ist es durchaus realistisch, dass wir auch, oder dass wir, dass der DAX diesen Bereich einläuft. Also wenn wir hier drunter bleiben, dann haben wir gerade für den Montag, beziehungsweise auch erstmal vielleicht Montag, Dienstag, müssen wir gucken, einmal das Ziel der Tiefs der vergangenen Handelswoche quasi, die Tiefs zusätzlich von Freitag, weil der Freitag dann eben die Tiefs der Handelswoche hier ausgebaut hat. Beziehungsweise dann erstmal als nächstes Ziel der Bereich 3,75. Ich denke, dass hier auf jeden Fall eine Reaktion denkbar ist. In welchem Bereich diese Reaktion dann eben läuft, das müssen wir uns dann, je nachdem, wie der Markt dorthin kam, auch in den täglichen Livestreams anschauen. Aber es ist, denke ich, möglich, dass wir hier eine Reaktion sehen. Wie gesagt, wie hoch die läuft, kann man ja natürlich schwierig sagen. Und wenn wir hier eben dann eine Sequenz steigender Hochs, wenn das dann hier so eben schön steigende Hochs, steigende Tiefs ausbaut, dann kann es sein, dass wir hier unten vielleicht dann doch eben technisch drehen, dass der Markt die Aufwärtsseite wieder erneut annimmt. Dann kommt als nächster Zielbereich wieder der 600er Bereich, dann wieder das Warten auf den Bruch und so weiter. Also dann geht es natürlich auch schnell wieder nach oben. Wir besprechen gleich die Aufwärtsseite nochmal. Sollte das allerdings nicht passieren, sollte hier unten weiterhin Schwäche aufkommen, sollten die US-Märkte dann doch mal sich für die Abwärtsseite entscheiden, dann ist es natürlich schnell denkbar, dass wir dann auch, selbst wenn der Markt hier kurz reagiert, weiter nach unten rutschen und dann kommt, ich denke, viel mehr. Wobei, man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Das Momentum auf der Abwärtsseite ist natürlich immer etwas stärker, etwas doller als die Aufwärtsseite. Aber ich denke, so 280, wenn es hart auf hart kommt, 200. Aber ich denke, wenn jetzt hier nicht Donald Trump wieder irgendwelche Twitter-Tweets macht, bezüglich Strafzöllen oder sich andere Dinge einfallen lässt, wie in der vergangenen Handelswoche, die die Märkte dann doch ein bisschen merklicher durcheinanderwirbeln, rein scharttechnisch denke ich gerade dieser Schiebezonen-Bereich, den wir hier im Juni, Ende Juni, Anfang Juli hatten, der Bereich hier um diese Unterstützungsmarke von etwa 300, knapp da drunter, dieser Bereich sollte eigentlich für ordentlich Unterstützung sorgen. Denn hier war sehr, sehr viel Handel, hier hat sehr, sehr viel Handel stattgefunden. Der Markt war dort eben sehr, sehr lange oder hat sich hier sehr, sehr lange aufgehalten, das vertikale Volumen oder Volumenzonen oder wie man es auch immer nennen möchte, in diesem Bereich sollte relativ hoch sein. Also wir schauen mal. Aber es ist durchaus denkbar, auf jeden Fall so 300 und knapp da drunter. Und wenn es dann wirklich schwach wird, auch schnell in Richtung 200. Das würde ich jetzt für die Abwärtsseite erstmal grundlegend sehen hier. Für den DAX, die Aufwärtsseite. Dafür sollte der Markt idealerweise den 600er-Bereich nach oben wieder verlassen. Und alles, was dann hier oben, Moment, das sollte ein Pfeil werden, alles, was dann oberhalb von 600 stattfindet, sollte für die kommende Handelswoche auch grundlegend erstmal wieder aufwärts sein. Wir müssen so ein bisschen drauf schauen. Dieser Trendkanal, ich persönlich achte ja, wie ihr wisst, jetzt nicht so stark auf so Trendkanäle, aber ich zeichne ihn trotzdem mal ein. Das war ja der Trendkanal, den wir hier in der vergangenen Handelswoche eben uns immer wieder angeschaut haben, der da eben in der Vergangenheit wichtig war, der auf der Aufwärtsseite hier nicht mehr angegriffen werden konnte, auf der Unterseite immer kurzzeitig für Unterstützung sorgte, aber dann eben der Rutsch nach unten kam. Also es ist hier durchaus denkbar, dass der Markt in irgendeiner Art und Weise auch diesen Trendkanal gegebenenfalls von unten hier testet, um dann hier wieder eben Reaktionen nach unten zu sehen. Aber oft ist es so, dass solch ein Test von so einem Trendkanal zwar stattfinden kann, aber ganz oft, das muss man dann situativ sich anschauen, ganz oft dann eben auch trotzdem in diesem Bereich halt ein Widerstand liegt, der da eben merklich auch im Chart zu ersehen ist, um dann für diese angedachte Reaktion zu sorgen. Aber grundlegend sollte man hier so ein bisschen das Auge drauf haben. Der Rücklauf in diesem Kanal durchaus denkbar, aber dafür sollte der Markt eben auf jeden Fall ordentlich Stärke haben. Nichtsdestotrotz, oberhalb von 600 ist es hier denkbar, dass wir weiter die Aufwärtsseite sehen, dass wir in Richtung, vielmehr traue ich aktuell dem DAX gar nicht zu, dass wir in Richtung der Vorwochen hochslaufen. Das ist ja der Bereich hier um die Marke 12.000 in der CFD-Indikation in etwa 12.780. Als nächstes kam hier dieser 800er Bereich beziehungsweise knapp darüber, den wir in der vergangenen Woche auch schon als Ziel hatten. Ja, das ist natürlich auch noch denkbar, das ist auch noch realistisch, das ist lediglich 30 Punkte Unterschied. Also das kann schon durchaus passieren. Aber da aktuell die US-Märkte zum einen zwar sehr, sehr stark sind, aber nichtsdestotrotz auch so ein bisschen auf diesem starken Niveau der Dow Jones so um die 25.000er Marke, der S&P so um die 2.800er Marke, was sowieso in der Vergangenheit sehr, sehr wichtige Bereiche waren, es ist durchaus denkbar, dass auch der Dow Jones und S&P so eine Seitwärts-Tendenz vielleicht in der kommenden Woche ausbaut, zumindest vielleicht bis zum Donnerstag, bis zu dieser EZB-Entscheidung, und dass vielleicht auch der DAX sich hier um diesen 600er Bereich sich erstmal bewegt, denn wir hatten es auch vor der letzten EZB-Zinsentscheidung, dass eben die ersten Tage der Woche erstmal eigentlich mehr oder weniger seitwärts tendierend waren, zwar etwas volatiler, was eben dazu führen kann, dass auch der DAX um die 600 hier hin und her wandert, was da bedeutet für mich unter 600 Short, oberhalb von 600 Long, aber vielleicht mit etwas defensiveren Zielen und vielleicht hier gegebenenfalls auch mit Take Profits. Das werden wir entsprechend dann situativ in den entsprechenden Livestreams besprechen, wie da eben so dann meine generelle Meinung zu der aktuellen dann Situation ist. Schauen wir auf den S&P und wer sich jetzt hier diese S&P-Analyse anschaut, sollte sich idealerweise dann doch, wer es noch nicht getan hat, am Anfang die DAX-Analyse anhören, denn die DAX-Analyse ist ja immer etwas ausführlicher als dann die S&P-Analyse und diverse Dinge, die ich hier für den Markt sehe, grundlegende Dinge, die ich für den Markt sehe, wurden auch in der DAX-Analyse bezüglich des S&Ps besprochen. Nichtsdestotrotz ist es aktuell so und das ist hier in dem S&P, wer jetzt eben den Tag sich eben schon angehört hat, es ist hier in dem S&P aktuell sehr, sehr eindeutig, dass wir eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung haben. Der Markt tendiert hier sehr, sehr sauber aufwärts. Wir hatten hier zwar schon mal einen leicht stärkeren Rücksetzer, aber charttechnisch haben wir kein neues Tief ausgebaut und der Markt ist hier aktuell sehr, sehr sauber am Aufwärtslaufen. Ja, also das ist hier schon eine schöne Aufwärtsbewegung. Viel schöner für mich persönlich eigentlich als so sehr, sehr starke, momentumhafte Bewegungen, die dann eben hier wirklich sehr, sehr stark und ohne jeglichen Rücksetzer nach oben laufen, weil es einem einfach oft dann nicht die Möglichkeit gibt, zu kaufen, sondern eben hier in solch Aufwärtsbewegungen, die dann auch immer mal wieder einen Rücksetzer haben, ist es natürlich viel, viel interessanter zu kaufen. Und wir sind aktuell im Bereich der Hochs dieser Aufwärtsbewegung. Wir hatten zwar auch in den US-Märkten am Donnerstag und Freitag hier leichte Abgaben, aber wenn man sich die Hauptsession anschaut, wenn man sich die Hauptsession der US-Märkte anschaut, 15.30 Uhr bis 22 Uhr, das ist die Bewegung, wo der meiste Umsatz stattfindet, wo die New York Stock Exchange im Prinzip dann offen hat, wo die meisten Händler tätig sind. Wenn man sich diese Kernsession anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel auch der Freitag gar keine nennenswerten Abgaben hat, auch wenn jetzt hier, sage ich mal, die Kerze am Freitag etwas negativ aussieht. Aber der Freitag war eigentlich seitwärts tendierend im S&P, der Freitag im DAX abwärts tendierend. Und das teilweise sehr, sehr stark. Also wir haben im Vergleich zum DAX den S&P und den Dow Jones auf sehr, sehr hohem Niveau. Der Markt rangiert generell sowieso auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich habe das gerade im DAX nicht gezeigt, aber ihr könnt euch das gerne anschauen. Wenn man sich diese beiden Hochs hier anschaut im S&P und diese zwei Hochs gibt es schartechnisch auch im DAX. Aber der S&P, der ist ja schon aktuell zwar wieder leicht darunter, aber er hat ja diese Hochs hier schon überschritten. Im Verhältnis zu dieser Bewegung, jetzt muss ich erst mal kurz überlegen, ich glaube, der DAX, wenn man das hier so durchzieht, der DAX ist aktuell hier irgendwo in diesem Bereich. Also verhältnismäßig schwach. Ja, irgendwo hier unten, vielleicht auch hier. Man muss es vergleichen, aber er ist auf jeden Fall viel, viel schwächer als die US-Märkte. Und das ist eben grundsätzlich eben für den US-Markt natürlich schön. Der US-Markt richtet sich weniger nach dem DAX, aber vielmehr der DAX eben schon gerade am Nachmittag nach dem US-Markt. Das ist ein bisschen wichtiger, diese Erkenntnis für den DAX als für den S&P. Aber es kann durchaus sein, dass eben diese sehr, sehr markante Schwäche aktuell im DAX durchaus dann eben auch dazu führen kann, jetzt nicht zwingend, weil die Händler sagen, Mensch, der DAX ist aber schwach, jetzt müssen wir eine S&P mal verkaufen. Aber es kann sowieso ein Vorbote wirken. Somit ist es hier natürlich auch denkbar für den S&P, dass wir eventuell auch in der kommenden Woche mal so ein bisschen mehr Schwäche sehen. Aber grundlegend generell sowieso oberhalb von 2.800 ist alles klar weiter aufwärts tendierend. Moment, ich zeichne das mal ein. Zack. Also wir haben ja hier den 2.800er Bereich. Ja, das ist der Bereich hier. Ganz knapp darüber haben wir auch den Freitagsschlusskurs dann gefunden. Zumindest hier in der CFD-Indikation. Und solange der Markt da drüber bleibt, kann man erst mal auch mit dem Gedanken neuer Bewegungshochs. Wir haben hier in dem 20er, 25er Bereich so den nächsten Widerstand eigentlich. Das ist erst mal denkbar, dass der Markt das erreicht. Dann haben wir aus der Vergangenheit hier, man sieht das, noch mal so eine kleine Schiebezone, so ein bisschen Widerstand. Aber dann ist der Weg in Richtung der Allzeithochs schon gar nicht mehr so weit. Also ich sage, grundlegend ist es denkbar, dass der Markt erst mal weiter aufwärts tendiert und sowieso oberhalb von 2.800 sind die Vorzeichen für den S&P und natürlich dann auch entsprechend im Dow Jones eben weiterhin aufwärts tendiert. Und selbst wenn, selbst wenn erst mal aus aktueller Sicht der S&P hier noch mal so ein Stück weiter nach unten läuft, selbst die 2.780er Marke, selbst der Bereich 2.700, in dem Fall ist es hier 63, selbst wenn wir diese Bewegung hier sehen, im S&P, schaut euch das große Bild an, ist hier vom rein charttechnischen, großen Picture, also der Markt läuft hoch, der Markt läuft hier vielleicht so ein bisschen nach unten und kann dann durchaus charttechnisch weiter nach oben laufen und das charttechnische Bild, was wir aus der Vergangenheit hatten, wäre, wenn man sich das hier dann anschaut, zack, 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 und dann weiterführend, dann wäre diese Abwärtsbewegung, selbst wenn sie noch ein Stück tiefer läuft, vom übergeordneten Bild, weiterhin aufwärts tendierend. Und diese Eventualität, die eventuell eintreten kann, das ist ja das, was wir hier möchten, wir wollen eben Möglichkeiten, die passieren könnten, irgendwo auflegen, ja, es ist eben denkbar, der Markt läuft weiter gleich nach oben, es ist aber auch denkbar, dass eben der Markt entsprechend an die nächsten Unterstützungen ranläuft und somit hier gegebenenfalls so eine Konsolidierungsphase einleitet. Und wenn wir hier im Tagesschart uns das Ganze angucken und ja jede Kerze einen Tag groß ist und wenn wir dann schauen, wie lange dann diese Abwärtsbewegung gedauert haben, wie lange dann die Aufwärtsbewegung gedauert haben, wenn wir durchzählen, merken wir, dass es teilweise zwei Wochen waren und somit ist es jetzt eben denkbar, in den letzten zwei Wochen, dass der Markt tendenziell aufwärts gelaufen ist und dass wir jetzt vielleicht eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen eine leichte Konsolidierung wieder sehen oder eine Schiebezone, wie es dann in der vorletzten Bewegung hier war. Hier, das ist ja mehr so eine Seitwärtszone als eine Abwärtstendenz. Ja, hier hatten wir eigentlich mehr, also schon relativ klar abwärts, auch hier war es relativ klar abwärts und hier war es so eine leichte Schiebezone mit ab und zu mal so leichten Abwärtstendenzen. Ja, und es ist natürlich denkbar, dass wir hier eben entsprechend nach unten laufen. Somit wäre hier, wenn wir uns das Bild merken und auf den Vierstundenschart gehen, wäre es für mich persönlich erst mal oberhalb von 2800, hatten wir eben schon gesagt, alles weiterhin aufwärts kaufen. Das ist so mein Gedanke. Wenn wir hier drüber bleiben, weiter, wenn der Markt hier oben irgendwo ist, gucken, leichte Rücksetzer kaufen, neue Bewegungshofs, definitiv denkbar. Auch wenn wir hier den 95er Bereich, das sollte jetzt erst mal so dieses Kernniveau sein, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch schon als sehr, sehr wichtigen Bereich, selbst eine Rückläufer hierhin, weiterhin klar aufwärts. Hier oben erst mal aktuell, aus aktueller Sicht, nichts mit Short. Solange wir darüber bleiben, wenn wir 2795 nach unten verlassen, beziehungsweise hier dieser 94er Bereich, dann könnte man sich durchaus hier schon mal dazu durchringen, vorsichtig mal, weil dann hier auch dieses letzte Tief, ja, irgendwo da ist und hier höchstwahrscheinlich auch der ein oder andere Stop liegt. Wenn so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt, dann ist es denkbar, dass hier der erste Rutsch im S&P in Richtung 2782 in etwa stattfindet, der natürlich aus dem 95 oder 94er Bereich hier durchaus 12 Punkte Chance, durchaus ein Setup eben darstellen könnte für die Abwärtsseite. Aber erst mal, auch hier in diesem Unterstützungsniveau ist schnell denkbar, dass der Markt sich hier wieder fängt, dass er anfängt zu steigen und dann ist hier unten auch relativ schnell wieder mit der Aufwärtsseite zu rechnen. Erst wenn wir 82, das ist dieses Unterstützungsniveau, nach unten nennenswert durchschreiten, wenn hier Momentum aufkommt, wenn hier eben der Markt kurzzeitig nur bremst, neue Tiefs ausbaut, dann ist es hier unten etwas klarer, erst mal für die Abwärtsseite. Also der Bereich 82 bis hinab zur 63 ist es in diesem Fall. Weiterhin durchaus denkbar, dass diese Bewegung stattfindet. Das ist das, was wir jetzt übergeordnet gerade angeschaut haben und dann wird hier es noch etwas klarer charttechnisch von der Abwärtsseite. Dann haben wir hier dieses Tief, also dieses sollte jetzt erst mal auf dieser Zeitebene, aus der 4-Stunden-Zeitebene nicht nennenswert über unterschritten werden. Aber da kommen eine ganze Menge Abers und das müssen wir alles nächste Woche dann auch in den entsprechenden Analysen verarbeiten. Wir hatten ja hier diese Schiebezone, die wir in der Vergangenheit auch schon mal hatten. Wir hatten dann den Bruch nach oben aus dieser Schiebezone raus. Das war ja dann auch schon das zweite Mal, hier entsprechend der Bruch nach oben. Und wenn man sich das jetzt übergeordnet anschaut, das war ja das, was wir gerade getan haben, dann ist es eben denkbar, dass der Bereich dann hier eben auch nochmals getestet wird. Somit erst mal hier oben vorsichtige Shorttrits denkbar, aber grundsätzlich Aufwärtsseite. Solange wir dann über 82 bleiben. Wenn wir unter 82 fallen, dann ist es erst mal primär die Abwärtsseite. Schauen, was passiert an der 63. Fängt der Markt sich eventuell hier? Ja, dann ist erst mal von meiner Seite noch nicht, beziehungsweise aus aktueller Sicht würde ich sagen, da trotzdem noch nicht kaufen, weil der Markt schnell dann weiter nach unten brechen kann. Dann muss er auch wenigstens hier erst mal wieder ranlaufen. Sollte dann eben auch diesen Bereiche für die Long-Seite wieder überschreiten. Dann gegebenenfalls vielleicht noch mal diesen Bereich testen. Und erst dann wäre hier dann auch wieder die Aufwärtsseite interessant. Alles da drunter, mehr oder weniger Short. Mit dem Gedanken, erst mal realistisch viel mehr sehe ich für die kommende Handelswoche jetzt erst mal grundsätzlich nicht. Es sei denn, hier baut sich extrem Abwärtsmomentum auf, dass der Markt vielleicht den 63er-Bereich nach unten testet. Und dann werden wir weiter schauen, ob wirklich so viel Schwäche reinkommt. Aber das Chartbit ist, wie gesagt, sauber long. Und eigentlich müsste man sich mehr erst mal zumindest aktuell noch mit der Long-Seite beschäftigen als mit der Abwärtsseite. Und hier ist auf jeden Fall 2,825 auf der Abwärtsseite realistisch zu erreichen. Schauen wir uns den Euro an. Auch gestartet hier im Tagesschart. Wir haben, nachdem der Markt eine ganze Zeit lang sehr, sehr sauber abwärts tendierend war, da kann man eigentlich mal so einen richtig dicken Pfeil machen. Wir hatten hier eine sehr, sehr schöne Abwärtsbewegung. Zwischenzeitlich immer mal zwei, drei Tage long. Aber grundsätzlich war die Kerntindenz abwärts. Und das hatten wir auch grundsätzlich ja auch so immer analysiert. Nachdem der Markt eben hier oben diese Schiebezone hatte, dann irgendwann den Bruch nach unten hier rauskam. Jetzt haben wir eine ähnliche charttechnische Situation. Jetzt hier schon, wir hatten schon in der vergangenen Halswoche und auch schon in der Woche davor gesagt, so irgendwie aus dem Pott kommt der Euro-US-Dollar nicht mehr. Er baut hier auf jeden Fall in dem 1,15-20er, 1,15-30er Bereich massiv Unterstützung auf, die jetzt schon auf einem hohen Zeitebene, was wir im Tagesschart sind, hier mehrfach getestet wurde. Also dieser Bereich hier ist wirklich sehr interessant. Und dann schauen wir uns mal den Vergleich. Da machen wir die Pfeile. Wir schauen mal hier, ich zeichne einfach mal, Moment, das sollten Pfeile werden. Ich zeichne jetzt einfach mal hier so ein paar Pfeile ein. Schaut euch das mal an. Und schaut euch dann mal das Ganze an, wie jetzt hier dann eben auch diese Schwankungsamplitude geringer wird. Vorher Anfang große Bewegungen, dann kleinere Bewegungen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Am Anfang große Bewegungen. Und jetzt werden die Bewegungen hier grundsätzlich immer kleiner. Und hier kann man jetzt zum Beispiel, ich bin wie gesagt nicht der große Freund von schrägen Trendlinien und von Dreiecken, Flaggen und Wimpeln und was es für Chartformationen gibt. Aber ich zeichne mir trotzdem sowas, was ich jetzt gerade eingezeichnet habe, hier so ein Dreieck ganz gerne ein, weil es einfach auffällig ist. Weil es auffällig ähnlich wie hier ist. Schaut mal, wir konnten hier auch dann grundsätzlich so ein Dreieck zeichnen, auch mit diesen Tiefs hier. Und dann kam in dem Fall hier eben dieser saubere, relativ saubere Rutsch nach unten raus. Und ein ähnliches Bild, noch nicht ganz so lang von der Zeitebene, aber ein ähnliches Bild haben wir hier auf dem Tagesschart aktuell auch. Und somit ist es hier denkbar, wir haben hier auch immer wieder darüber gesprochen, dass die Aufwärtsseite oberhalb, das war ja der Bereich, den wir vergangene Handelswoche hier immer wieder angesprochen haben, mit dem ich auch in der vergangenen Handelswoche dann immer wieder gearbeitet habe, 1,1675 ist das hier in etwa, was wir hier genannt hatten. Darüber hatte ich ja gesagt, vorsichtig long, darunter hatte ich gesagt, vorsichtig short. Das ist halt auch in Seitwärtszonen so, dass man natürlich eben einen Bereich hat und wenn der Markt eben weiter abwärts tendiert, versucht man es auf der Abwärtsseite und wenn der Markt aufwärts tendiert, versucht man es auf der Aufwärtsseite, wenn man eben keinen richtigen Trend erkennen kann. Und somit ist das hier auch für die kommende Woche eigentlich so dieser interessante Bereich. Das ist in etwa die Mitte, diese Flagge, dieses Dreiecks. Und ich würde es durchaus hier als nicht unrealistisch sehen, dass hier vielleicht ein Break nach oben kommt. Und wir wissen auch aus der vergangenen Handelswoche, nicht nur aus der vergangenen Handelswoche, sondern aus den letzten Analysen, dass auf jeden Fall dieser 18-20er-Bereich hier, der war in der Vergangenheit, wir sehen es hier auch auf dem Tagesschart des Öfteren sehr, sehr wichtig und somit ist es denkbar, dass wir auf jeden Fall dorthin laufen. Und das war hier auch auf kleineren Zeitebenen so eine Schiebezone 17-30 bis 18-20. Dieser obere Bereich, dass wir jetzt da eben nochmal ranlaufen, wir sind ja gerade hier in diesem 17-30er-Bereich, also dass wir hier dann doch springen oberhalb oder über diese schräge Trendlinie über den 17-30er-Widerstand, dass wir Stärke finden als erstes Ziel 18-20. Und wenn wir wirklich stark sind, das müsste ja eigentlich jetzt hier, muss das ja ein grüner Fall sein, zack, wenn wir wirklich stark sind, dann ist es, also das ist das erste Ziel, dann ist es eben denkbar, dass wir vielleicht sogar in den 19er-Bereich laufen. Viel stärkere oder viel mehr Stärke würde ich jetzt erstmal nicht annehmen, wenn der Markt sich hier für die Longside entscheidet. Geht der allerdings nach unten, geht der unter diesen 16-75er-Bereich, durchstößt dann hier vielleicht dann auch erneut und das ist das, genau so haben wir in der vergangenen Handelswoche gehandelt, wir haben versucht hier die Longseite zu handeln, wir haben darunter versucht die Shortseite zu handeln. Das hat kleine Gewinne produziert, leider eben keinen großen Gewinn, weil ich hier unten dann schon mal einmal darauf gesetzt habe, dass dieser Break nach unten kommt und dass der Markt in Richtung 15-20 läuft. Und das sollte realistisch in der kommenden Woche sein, wenn der Markt sich für die Abwärtsseite entscheidet. Wir wissen unter welchem Bereich das sein oder charttechnisch erstmal sein könnte, 16-75. Wenn der Markt darunter rangiert, kann man es hin und wieder mal auf der Abwärtsseite versuchen. Vielleicht ist man etwas konservativer, wählt das Vorwochentief im Bereich um die Marke, ich glaube 1,15-60 oder sowas, müsste man jetzt nochmal gucken. Das ist ja hier dieser Schuss, ich glaube es war am Donnerstag, hier unten, dass man das erstmal konservativ als erstes Ziel wählt, aber dann eben die 15-20 interessant wird. Und da diese 15-20 so ein wirklich merkliches Unterstützungsniveau ist und schaut euch eben dieses Viereck hier oben an und schaut euch jetzt dann im Prinzip dieses Viereck hier unten an. Wir haben hier massiv auf dem Tagesschart, genauso wie hier oben des Öfteren, den Test fast exakt dieses Bereiches. Wir sind hier auf einem Tagesschart, da kommt es auf Nuancen eigentlich gar nicht an. Und es ist durchaus denkbar, wir sind abwärts tendierend. Wir haben die Aufwärtstendenz, die wir vorher wenigstens hier so ein bisschen hatten, nach unten durchschritten, mit teilweise Momentum, mit richtig Dampf. Wir sind aus dem über 1,20er Bereich hier gekommen, hatten im Hoch hier den Bereich 1,25, 1,26, sind aktuell hier um 10 Cent tiefer. Also wirklich Schwäche. Und es ist somit denkbar, dass wir hier auch diese Schwäche erneut nochmal sehen und diese 1,15, 20, wenn sie denn nach unten verlassen wird, durchaus dafür sorgen kann, dass hier eben nochmal Schwäche reinkommt. Und dann haben wir in der nächsten Analyse dann eben auch das Thema, okay, wir sind hier eventuell wieder in einem Abwärtstrend. Somit wäre für mich persönlich eigentlich die Abwärtsseite nach wie vor eigentlich die interessantere. Und wenn der Markt nach unten kommt, würde ich hier nach wie vor eben am liebsten shorten wollen. Das war in der vergangenen Handelswoche auch so. Ich habe es auf der Aufwärtsseite versucht. Das hat nicht so funktioniert. Ich habe es auf der Abwärtsseite versucht. Es lief auf jeden Fall erstmal grundlegend besser. Und das würde ich auch eigentlich idealerweise in der kommenden Woche favorisieren wollen. Also die Abwärtsseite. Und wir schauen uns das dann eben täglich auch in den Livestreams DAX, Long oder Short oder am Nachmittag, der US Opening Bell dann auch definitiv an, wie sich der Markt hier dann eben verhält und was wir gegebenenfalls tun können. Schauen wir uns hier den Goldpreis an. Ich will Gold jetzt nicht auf dem Tagesschart, das machen wir mal weg. Wir schauen uns Gold auch auf dem Tagesschart erstmal an. Und wir sehen auch hier im Gold, dass wir hier eine Seitwärtszone hatten mit der unteren Grenze 13,05. Moment, das zeichnen wir hier ein. Und der oberen Grenze 13,04, 56 war es. Und der Markt dann ähnlich wie der Euro-US-Dollar hier dann eben den Weg nach unten fand. Also der Markt hier wirklich dann schön eine Abwärtstendenz ausbaut und im Gegensatz zum Euro ist Gold erstmal noch klar abwärts tendierend. Der Markt ist hier sehr, sehr sauber und ihr wisst und ihr kennt das auch von meinem Trading, dass diese Linien, die hier drin liegen, nicht erst seit gestern hier drin liegen oder ich sie heute angepasst habe, sondern dass diese Unterstützungen hier schon oft sehr, sehr lange drin liegen. Und dann schaut mal, wie sauber Gold hier eigentlich grundlegend von Unterstützung zu Unterstützung läuft. diese Bereiche dann immer schön sauber getestet hat und es ist ja durchaus denkbar ist, dass wir weiter nach unten laufen, weil wir sind einfach sauber in einem Abwärtstrend. Und man muss so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gedanken, auch wenn ich ihn aktuell hege und auch gleich beschreiben werde, dass man hier diesen Gedanken zu sehr, zu sehr, ja, oder eine zu hohe Relevanz zukommen lässt, dass sich hier eventuell ein Tief ausbildet und der Markt sich gegebenenfalls jetzt hier weiter nach oben bewegen kann. Denn, ja, das ist eben fraglich, ob das jetzt hier, warum soll es jetzt exakt hier in dieser Unterstützung stattfinden? Wir haben alle markante Punkte, die hier im Chart eingezeichnet sind, sind markante Unterstützungspunkte. Und auch wenn hier die 1.16 oder 12.16 aus der Vergangenheit markant ist, interessant ist, wir es in der letzten Handelswoche als realistisches Ziel angesehen haben, so kann ich hier erstmal mit gutem Gewissen sagen, es ist durchaus denkbar, dass der Bereich 1.200 beziehungsweise die nächste eigentlich wichtige Unterstützung kommt im 1194er-Bereich. Ich würde jetzt erstmal vorsichtig sein und wirklich in der vergangenen Woche habe ich eigentlich gesagt, okay, der Markt ganz klar abwärts hier nächste Unterstützung 12.16 denkbar realistisch. Für diese Woche oder für die kommende Woche, nicht für die kommende Handelswoche, würde ich jetzt erstmal vorsichtig sein. Es ist schon denkbar, dass der 16er-Bereich hier so ein bisschen Unterstützung bietet. Und vor allem der dann kommende 1.200er-Bereich, das ist eine psychologische, wichtige Marke, die in vieler Köpfe natürlich irgendwo da ist und wo eben gern agiert wird. Und genauso wie der 1.300er-Bereich eben auch ein wichtiger Bereich ist. Und wir sehen es hier, wie der Markt im Prinzip um diesen Moment, um diesen 300er-Bereich erstmal eine ganze Zeit lang, nachdem er ausgebrochen war, gependelt ist. Wobei es ist ja leicht drüber, aber trotzdem ist der Markt hier erstmal, hat er sich ziemlich lange in dem 300er-Bereich aufgehalten. Und somit ist es denkbar, dass das ähnliches oder ein ähnliches Szenario hier passiert. Sprich aktuell kann es sein, dass die Musik so ein bisschen oberhalb von 1.200 spielt, aber dann 4,90 trotzdem erreichbar ist und das dann hier gegebenenfalls auch so ein Hin und Her erstmal stattfindet. Also definitiv denkbar, dass es nach unten weiter geht. Und das schauen wir uns jetzt auf dem 4-Stunden-Chart an. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche dann auch schon diverse Punkte beziehungsweise diverse Bereiche, mit denen wir gearbeitet haben. Das ist einmal die Marke knapp oberhalb von 12,30. Das ist hier dieser graue Bereich, der 37er-Bereich und dann war es auch der Bereich um die Marke 12,50, der in der Vergangenheit hier eine große Rolle gespielt hatte, der dann auch sauber nach unten wieder durchstoßen wurde. Dann eben auch die letzten Bewegungstiefs hier im Bereich 12,37 nach unten durchstoßen worden sind. Und somit sind das jetzt hier und ähnlich wie in anderen Märkten, die aktuell im Trend laufen, ähnlich wie es im DAX war, ähnlich wie es im Euro war oder auch im S&P. Es gibt einen Punkt oder erstmal grundsätzlich einen Bereich, der für mich persönlich erstmal im Abwärtstrend nach oben überschritten werden muss, bevor ich sage, okay, jetzt könnten wir hier vielleicht nachhaltig auch mal über Käufe nachdenken. Und das ist aktuell hier dieser Bereich um die Marke 12,37. Das ist einfach dieses letzte Tief. Solange dieses letzte Tief, dieses letzte Bewegungstief, was wir hier haben, nicht nennenswert nach oben durchschritten wird, schauen wir, die letzte Abwärtsbewegung, Erholung, Abwärtsbewegung. Und wir sind aktuell unterhalb dieses letzten Tiefs, also ganz sauber im Abwärtsbereich. Selbst wenn hier so eine leichte Erholung stattfand, leichte Erholung nach oben, auch wenn man hier unten vielleicht so ein bisschen so einen doppelten Boden oder was auch immer erkennen kann, solange wir da drunter bleiben. Man kann hier schon versuchen, vielleicht mal in die Richtung zu handeln. Es kann ja natürlich auch sein, dass es hier drüber schießt. Für mich persönlich nur, wäre alles, was jetzt hier da drunter stattfindet, wir nehmen es mal zurück und machen es rot, selbst wenn der Markt sich noch ein Stück weiter höher erholt, solange wir unter diesem 37er Bereich bleiben, ist es weiterhin denkbar, dass wir zum einen nochmals den 16er, 12,16er Bereich anlaufen beziehungsweise dann eben dieses Szenario, was ich eben auf dem Tagesschart schon erklärt habe, in Richtung 1200 stattfindet, wir weiterhin Schwäche haben, wir haben richtig Dampf auf der Abwärtsseite, das darf man nicht vergessen, wir sind sauber im Trend und oft ist es wenigstens so, dass eben, wenn der Markt eben sauber im Trend ist, dass meistens, wenn der Markt zum Stillstand kommt, dass es nicht auf einem Bein steht, sondern dass wenigstens nochmal 1,16 getestet wird, vielleicht der Markt so nochmal kurz neue Bewegungstiefs macht und das würde ja für uns schon ausreichen, wenn wir hier irgendwo in den Bereichen vielleicht erstmal nochmal die Abwärtsseite versuchen. Selbst wenn der Markt die 37er da oben durchschreitet, man kann es eh, man geht nicht wie in den anderen Märkten, vielleicht denn schon mal vorsichtig auf der Longseite versuchen in Richtung 1,1250, wobei ich da nach wie vor vorsichtig bin, also dann sollte schon entweder merklich Momentum auf der Aufwärtsseite aufkommen, oder und das hat sich aktuell wieder gewendet, das Bild, das hatten wir vor mehreren Wochen, vielleicht war es sogar vor mehreren Monaten schon mal gesagt, achtet darauf, dass Gold eine lange, lange Zeit mit den Indizes immer sauber weiter aufwärts tendierte. Also diese Korrelation, diese negative Korrelation, wie sie eigentlich lange, lange Zeit im Gold versus den Indizes vorhanden war, dass eben in guten Zeiten, wenn die Märkte sauber, die Aktienmärkte sauber am steigen sind, dass Gold eher tendenziell am Fallen ist und wenn eben die Aktienmärkte zusammenbrechen, eben die Geldflucht ins Gold, in die sichere Währung, in Anführungsstrichen sichere Währung Gold fließt, dass dann eben Gold steigt. Dieses Bild ist aktuell aktiv. Die US-Märkte sind sauber am steigen, wir sind in einem sauberen Aufwärtstrend, wie wir eben in der S&P-Analyse im Prinzip gesehen haben und das Gold ist sauber im Abwärtstrend. Also diese negative Korrelation ist wieder vorhanden, keine positive Korrelation mehr, sondern aktuell eigentlich relativ eindeutig diese negative Korrelation und wenn jetzt natürlich die Aktienmärkte auf einmal wieder nach unten wegbrechen oder eben ein bisschen konsolidieren, Schwäche zeigen, dann ist es natürlich denkbar, dass wir eben auch ein bisschen Momentum auf einmal hier im Gold bekommen. Also sollte man hier vielleicht auch mal rechts und links so ein bisschen auf andere Märkte schauen, kommt hier Bewegung auf. Macht es denn hier überhaupt Sinn, selbst wenn dieser 37er-Bereich nach oben durchschritten wird, den Goldpreis oder Gold zu kaufen oder ist es vielleicht an den Indizes, an den Aktienindizes nach wie vor irgendwie, dass die Märkte auf den Allzeithochs rumkrauchen und dann vielleicht dieser Bereich nur mal kurzzeitig nach oben durchschritten wird, um dann doch wieder die Abwärtsseite einzugehen. Also aus aktueller Sicht und da muss mich der Markt, der Goldmarkt dann erstmal eines Besseren belehren, bin ich nach wie vor der Meinung, dass der Markt hier relativ sauber abwärts tendierend ist. Wenn wir über 37 steigen, die ersten Ausrufezeichen, okay, es könnte hier vielleicht zu einer Trendwende kommen und erst wenn wir hier den 12,50er Bereich nach oben durchschreiten, bin ich eigentlich in voller Gänze davon überzeugt oder ganz vorsichtig gesagt in voller Gänze davon überzeugt, dass hier eventuell eine Trendwende stattfinden könnte und Gold sich vielleicht wieder etwas leichter nach oben arbeitet, 12,82, vielleicht 13,05, dieses Ausbruchsniveau aus dieser Schiebezone, wie wir sie uns eben angeschaut haben, vielleicht der Markt dort nochmal hinläuft, aber da sind wir aktuell noch lange nicht und somit sollten wir auch hier immer täglich gucken, welche Märkte oder wie tendiert der Markt, ist der Markt, kämpft der gerade mit aktuellen Widerständen oder ist es eigentlich relativ eindeutig, dass er nur sauber abprallt und wieder nach unten läuft, um dann entsprechend entweder prozyklisch, was aktuell abwärts wäre oder eben antizyklisch, dann vielleicht auch mal vorsichtig schon die Aufwärtsseite zu handeln. Das soll es von meiner Seite für die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold gewesen sein. Ich wünsche euch für die kommende Anhaltswoche Good Trades und Megatrading und wir hören uns dann definitiv täglich zu den Livestreams DAX Long oder Short oder US Opening Bell am Nachmittag. Bis dahin, ich wünsche euch nur das Beste, Good Trades und Megatrading, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao!